Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Montag, der 13.08. Es ist aber schon kurz nach 18 Uhr. Ich bin aber jetzt erst irgendwie zum Film gekommen, weil ich heute halt so einfach in der Stadt war und so ein paar Erledigungen gemacht habe. Also ich habe Passbilder gemacht und den Personalausweis neu beantragt und sowas eben. Und jetzt ist eigentlich so was ganz Cooles passiert. Also am Donnerstag waren Mama und ich in der Stadt bei Vodafone, weil der Vertrag jetzt demnächst abläuft. Und dann gibt es ja immer so ein paar günstigere Angebote und sie würde eben ein Handy sehr günstig dazu bekommen, wenn sie den Vertrag verlängert. Und genau, dann hat meine Schwester, die ist auch noch mit in dem Vertrag drin, also das ist so ein Partnervertrag und deswegen würde sie dann auch noch ein Handy bekommen. Das Handy, was Mama jetzt aber für ihren Vertrag eigentlich bekommt, das wird sie mir geben. Und ja, weil ihr es noch relativ aktuell ist. Ich habe meins aber schon seit drei Jahren, das iPhone 6s. Und da ist der Bildschirm halt auch so ziemlich zersprungen. Also mich hat es mit der Zeit nicht mehr gestört, aber es ist einfach schon nervig. Auf jeden Fall haben wir dann am Donnerstag zwei iPhones bestellt, weil es sie nicht auf Vorrat gab. Also eins in Silber für mich und ein Roségold für meine Schwester, weil mein altes war schon in Roségold und ich konnte die Farbe jetzt einfach nicht mehr sehen. Und heute ist es auf jeden Fall angekommen, das Handy. Das haben wir abgeholt. Das hier ist jetzt meins in Silber mit 32 GB. 64 GB gibt es da irgendwie nicht. Ich hatte vorher 64. Mal gucken, ob ich mit 32 GB zurechtkomme. So, es ist jetzt schon etwas später und ihr seht mich gerade nicht, aber ich bin gerade auf jeden Fall dabei, mir Essen zu machen. Und zwar diese Finn Toasties von Rewe Bio. So, und die toasten gerade und auf die eine Hälfte mache ich auf jeden Fall Banane. So sieht das jetzt fertig aus. Also ganz einfach, so ein einfaches Abendessen. Also wie gesagt, da habe ich mir Bananen drauf gemacht. Ich habe aber jetzt noch eine Hälfte übrig. Vielleicht mache ich damit gleich noch irgendwas. Und das ist Kräuter Philadelphia. Der hier, der ist voll lecker. Und das lasse ich mir jetzt schon wegkern. Hallo, es ist der nächste Tag und ich komme gerade von der Arbeit wieder. Also heute ist jetzt Dienstag und morgen habe ich frei. Also morgen ist mein freier Tag diese Woche. Und ja, ich wollte mir jetzt erstmal was zu essen machen, weil nach der Arbeit habe ich immer mega Hunger. Und weil ich gestern bei Vapiano war, habe ich da noch ein bisschen was übrig. Also ich habe mir das dann einpacken lassen. Und das mache ich mir jetzt gleich mal warm. Also es ist jetzt nicht mehr so viel, aber immerhin etwas. Das ist Carbonara mit Penne. Das esse ich eigentlich immer. Die haben da ja Gott sei Dank immer diese coolen Boxen. So, dass man das dann mitnehmen kann. Und ja, das machen wir jetzt gleich erstmal in der Mikrowelle warm und esst das dann. Und nachher fahre ich zu Chris, weil ich bei ihm schlafe. Denn morgen früh werden wir nach Köln fahren, weil wir gestern noch abends ein paar Wohnungen angeschrieben haben. Und kurzfristig haben wir dann auch eine Antwort bekommen. Und jetzt haben wir morgen dort einen Besichtigungstermin. Wir fahren dann mit dem Zug nach Köln, glaube ich jedenfalls, oder mit dem Auto. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, ich freue mich voll, weil das ist ja meine erste Besichtigung. Chris hat sich ja immer die Wohnung allein angeguckt. Und jetzt können wir mal zu zweit eine Wohnung anschauen. Vielleicht macht das auch so ein bisschen einen besseren Eindruck. Weil ich glaube, das ist nicht so gut, wenn zwei Leute einziehen und nur einer von beiden ist bei der Besichtigung da. Aber ich kann halt wirklich nichts machen, weil ich nie weg kann wegen der Arbeit. Boah, meine Haare sehen auch aus. Halleluja. Genau, jetzt werde ich erstmal was essen. Und dann melde ich mich wahrscheinlich später nochmal. Dann kann ich ja mit euch vielleicht zusammen so mein Handy ein bisschen einrichten oder auspacken erstmal. Und ja. Das Handy liegt hier auch einfach immer noch eingepackt. Also hier ist auch noch die Folie und so drum. Ich weiß gar nicht, normale Menschen würden das nach einer Sekunde direkt auspacken, weil sie es nicht abwarten können. Und ich lasse das hier einfach einen Tag liegen. Aber das ist so krass, dass ich irgendwie kaum Zeit habe. Nur weil ich arbeite. So, ich werde jetzt erstmal hier die Folie abmachen. Wie auch immer, wie geht das? Achso. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Halt dieser klassische Karton. Designed bei Apple in California. Ich wusste gar nicht, dass es da ist. Und das hier ist mein Handy. Und ich muss jetzt erstmal hier die alte SIM-Karte rausholen. Schaut euch das mal bitte an. Oh, ich glaube, das kann man gar nicht genau, das kann man gar nicht sehen. Jetzt, das ist so krass kaputt. Halleluja. Und ich habe sogar auch schon eine Handyhülle. Und zwar die hier. Mama hat mir nämlich mal für meinen 6S eine Hülle, weil das ist das iPhone 7, für das iPhone 7 gekauft. Und das hat zwar gepasst, aber so von der Kamera jetzt nicht so richtig. Jedenfalls, wenn ihr wollt, dann kann ich mal einen What's on my phone tag machen, wenn ich das alles so fertig eingerichtet habe und so. Und so sieht das jetzt aus. Also hier sind die Kopfhörer. Und ja, also ich nehme jetzt erstmal, weil ich habe diese Nadel von meinem alten Handy irgendwie an die Freundin von meinem Papa gegeben. Das muss ich jetzt hier erstmal aufmachen. Keine SIM-Karte eigentlich hoch. So, oh mein Gott, das ist so schön Rosé-Gold. Jedenfalls muss ich das jetzt erstmal aufmachen. Ich habe voll Angst, dass das zerkratzt. Also halt ehrlich. Hä, wie geht das? Da kriege ich es jetzt auch nicht hin. So, meine Schwester hat das jetzt hinbekommen. Und jetzt kommt hier die ganze Zeit die Nachricht. Das nervt ja richtig. Jetzt muss ich die da reinfummeln. Yay. Es geht. Es ist aber irgendwie voll schwierig gerade. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich das früher besser hinbekommen. Es ist, oh ii, voll eklig, dass ich schon diese Fingerabdrücke drauf habe. Hello. Hola. So, Sprache mache ich glaube ich Deutsch. Ich hatte jetzt vorher Englisch, aber nee. Sprache wird eingestellt. So, also weiter. Touch-ID. Kann ich jetzt schon machen. So, fertig ist alles. Und jetzt drücke ich einfach auf, los geht's. Was ist das denn gewesen? Standard. 19.19 Uhr. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch und es ist jetzt gerade kurz nach 5. Also unser Wecker hat um 5 Uhr geklingelt und um 6 Uhr fahren wir jetzt mit dem Auto nach Köln. Ähm, und ich muss mich jetzt gleich auf jeden Fall noch schminken und so ein bisschen fertig machen. Das heißt, ich habe mich auf jeden Fall diesen Monat schon einmal geschminkt, aber egal. Einmal ist okay. Und, ähm, ja. Ich sehe gerade, dass mein Akkuzeichen blinkt. Das heißt, der ist auch schon wieder bald alle. Gestern Abend war er noch voll, aber keine Ahnung. Das heißt, mit der Kamera kann ich euch wahrscheinlich nicht so wirklich mitnehmen. Und so, ich bin jetzt fertig gemacht und ich filme gerade mit meinem neuen Handy. Und draußen ist es einfach noch dunkel und das Licht ist irgendwie nicht so schön. Aber egal. Also ich bin jetzt so leicht geschminkt, habe mich angezogen, so eine weiße Bluse und so weiter. Und ja, jetzt gehen wir gleich erstmal runter und essen kurz was. Dann geht es auch schon los. Wir sind angekommen, aber wir sind noch viel zu früh, anderthalb Stunden. Aber egal, wir gucken uns jetzt schon mal das Haus an. Wir sitzen gerade noch in einem, ja, Biergarten steht da, ne? Ja, im Biergarten, weil wir nichts anderes gefunden haben hier in der Nähe. Aber wir haben jetzt noch Kaffee und Kakao getrunken und gleich gehen wir dann zur Wohnung, weil wir hatten ja noch so lange Zeit und mussten die irgendwie rumkriegen. Ja, mal gucken, wie das da alles so aussieht. Ja, gut. Lass euch festhalten. Wir sitzen jetzt gerade noch bei Los Terrier und fahren gleich wieder nach Hause. Und ja, wir brauchen ja ungefähr dreieinhalb Stunden. So, ich bin wieder zu Hause. Es ist jetzt halb sechs oder so. Also wir hatten auf der Rückfahrt, also ich mach das mal ein bisschen gerader. Wir hatten auf der Rückfahrt etwas Stau. Aber, ja, war jetzt auch nicht so das Problem. Wir sind dann vier Stunden ungefähr gefahren und normalerweise fährt man so drei bis dreieinhalb. Und ja, genau. Ich kann ja mal so ein bisschen von der Wohnung erzählen. Also wir haben uns heute eine Wohnung angeschaut. Die hatte 46 Quadratmeter und sollte warm ungefähr 650 Euro kosten. Soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Und ja, wir sind nur wegen der einen Wohnung eben nach Köln gefahren. Und die Wohnung hat anderthalb Zimmer. Und wir waren nicht alleine. Also Chris und ich waren halt da mit seiner Mama als Bewerber. Und dann war noch ein anderer da. Der sah aus wie ein Student. Und genau, dann sind wir eben in die Wohnung reingekommen. Ich fand so den ersten Eindruck nicht ganz so toll von außen das Haus. Aber das hat ja eigentlich nicht wirklich was zu sagen. Also inwiefern die Wohnung dann schön ist oder so. Auf jeden Fall, wir kamen in die Wohnung rein und es war alles sehr schön hell und offen. Links war halt die Küche. Da war aber keine Einbauküche drin. Also man hätte sich noch eine Küche kaufen müssen. Und rechts war dann das Badezimmer mit Badewanne und einem drum und dran. War ganz einfach in weiß. Also voll in Ordnung. Und dann kam man halt rein und da war dann das große Wohnzimmer schön hell und offen einfach. Und der Boden war auch richtig schön. Also es war schon fast ein bisschen zu groß. Denn wie gesagt, es waren ja anderthalb Zimmer und wir wollen zu zweit dort einziehen. Und eigentlich wären zwei Zimmer optimal. Das ist einfach so wie in einer richtigen WG. Da hat man ja auch zwei Zimmer, sodass jeder so ein bisschen seinen Rückzugsort hat. Und das halbe Zimmer war nicht durch eine Tür von dem anderen Raum getrennt, sondern es war offen. Ja, es war sozusagen wie so eine halbe Wand, kann man sagen. Und wir haben halt schon auf Anhieb gesehen, okay, da passt nicht mal ein Kleiderschrank rein. Also man kann halt ein Bett reinstellen, aber links und rechts vom Bett würde nichts mehr reinpassen. Und ein Kleiderschrank eben auch nicht richtig. Also der müsste dann wahrscheinlich im Wohnzimmer stehen. Schreibtisch im Wohnzimmer und so weiter. Was aber sehr toll war, die Wohnung hat ein Balkon oder Balkon. Also das ist natürlich wirklich ein Vorteil. Ja, und insgesamt hat uns das alles gut gefallen. Und dann hat der, ja, das war nicht wirklich der Vermieter, sondern von Vonovia. Vielleicht kennt ihr die Firma. Da war eben einer, der uns dort rumgeführt hat. Und er hat dann gesagt, so, dass er die Wohnung für uns beide, also einmal für Chris und mich und für den anderen Herren reservieren könnte. Und dann wird er uns die ganzen Unterlagen zuschicken. Und wer dann sozusagen früher die Unterlagen zurückgeschickt hat, also per Post, der bekommt dann die Wohnung. Also er schaut nicht wirklich irgendwie auf das Gehalt, auf die Schufa-Auskunft oder sonst was, sondern einfach nur, wer eben früher fertig ist, weil er jede Wohnung sozusagen schnell abarbeiten möchte. Und ja, ihm geht es eben einfach nur darum, die Wohnung schnell abgeben zu können und nicht wer da jetzt einzieht. Das war eben so relativ egal, meinte er. Und da haben wir uns schon gedacht, eigentlich ist es natürlich gut, aber andererseits wohnen wir in Bremen, der andere, soweit wir gedacht haben, in Köln. Und da haben wir natürlich schon mal so den zeitlichen Nachteil, weil wir erstmal die ganzen Unterlagen zusammensuchen müssen und so weiter. Und ja, genau, deswegen sind wir uns da nicht so sicher, ob das halt klappt. Und die Wohnung war jetzt auch nicht optimal, dass wir jetzt sagen würden, so wir machen jetzt alles dafür, dass wir die bekommen. Also klar, wir sollten jetzt auch nicht zu hohe Ansprüche haben, aber so ein bisschen Rückzugsort braucht man halt schon. Und man muss da einfach optimistisch bleiben und einfach weiterschauen. Und keine Ahnung, wir werden mal sehen. Und was ich heute noch so mache, weiß ich nicht. Also ich esse jetzt gleich erstmal einen Apfel, weil ich voll Hunger habe. Also wir waren heute ja auch schon bei der Losteria, aber ich habe jetzt eben wieder ein bisschen Hunger. Und ja, dann schaue ich einfach mal und morgen muss ich wieder arbeiten, leider. Und ja.